Und wie ein lichter Lockenstrahl, grüßt uns die Locken der Ferne. Und wie ein lichter Lockenstrahl, grüßt uns die Locken der Ferne. Zieh nicht die Wolken, die Schöne, die Schöne, die Schöne, die Schöne. Die Schöne, 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 die Schö Bruder Hildberg ist weithin bekannt, dass sie nicht nur ein engagierter Zoodirektor ist, sondern seit Jahren auch ein faszinierter Sammler am Ende der Welt in Australien und bei Naturvölkern eine Erscheinungsform gibt, der Volkskunst, die ausgerechnet bei unserem Nachbarvolk Polen hier ist. Und das ist die erste, die Wälder in Australien und die Wälder in Australien. Und das ist die Wälder in Australien, die in Australien und die Wälder in Australien. Untertitelung des ZDF, 2020